Please welcome Mr. Billy Boltz! Niederswann ist Storgi. Dann im vorigen Jahr als Primatier im Herzfeld kommt, heuer als Werksfaller, da bin ich zweitmal geduert. Bei Billy war es ein ähnliches Szenario. Wir haben einen Anrufer des Englags bekommen, der gesagt hat, hab's ein Auge auf den jungen Mann, unfassbar begabt und sauschnell. Und der Karl Krattov hat sehr gern, weil er solche Anrufe kriegt. Wie gesagt, Billy Boltz, letztes Jahr zum ersten Mal am Start, hat sich sofort qualifiziert, allerdings aus der zweiten Startreihe da ins Rennen gegangen, weil er mit Prolob, mit Zügel zurecht kam und dann sensationell als fünfter Sieg gefahren. Ganz klar, dass sich Just Banner den jungen Mann sofort für das Bestpolitik gestartet hat. Ohohoho, er passt schon überlieben mit mir. Ein echter Showman. Ja, das ist die Volker nochmal gut. Ja, 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 ja. Und nochmal ein Track-Drop, der unser Spot dahinter ist halt vorhin. Und auch wieder das Reich der Herrscher. So, nochmal in die andere Richtung. Ohohoho. Yes. Yes. Okay, I'm not talking about French, I'm not talking about French, I'm not talking about French, but this is why the answer is about that. So, what I mean it, in the beer by the end of the lab. Billy Boltz. Welcome Billy. Welcome to the second earth perger. It just looks at, as if you been here a couple of times. But I just saw the people, the past. Yes. Good fourth film. ah thế Kindros engerni